So, nach dem letzten Fail, der letzten Aufnahme, dass auf einmal am Ende das Headset wieder ausgegangen ist, haben wir jetzt rausgefunden, es funktioniert nur dann, wenn das Kabel nicht angeschlossen ist vom Headset. Dann spielen wir jetzt mal weiter und lassen uns gegenseitig den berauschenden Sound von Outlast. Aber immer noch keine Batterie. Es ist eine Batterie. Okay, dann geh runter und guck nach. Ich hab auch das gesehen. Oh, das sieht man ja dann. Ja? Sind das Fische? Das sind Fischis. Fische, gibt's nicht in der Kanalisation? Ach, gibt's nicht? Das macht mir Angst. Sogar sehr, sehr große Angst. Das sind nur Fische, denke ich so an. Guck, da sind Körperteile. Ist das besser? Bei Körperteilen hab ich nicht so viel Angst, wie was da hinten sein könnte, weil es da dunkel ist. Wenn man es einfach ganz anders ist. Ola. So. Ja, dann, viel Spaß mit. Na ja, sehr viel besser. Kann man wieder rumstellen. Nein, ich lasse es nicht. Alter, chill mal deine Base. Hey, ich bin gechillt. Okay, komm, durch. Machst du ein Joint, dass du gechillt bist, oder was? Wer weiß. Gut nur Rad. Ich bin einfach gut nur Rad. Also, wenn ich hier jetzt was drin machen würde, gezwungt werden würde, hier mitzuspielen in real life, ich würde mir vorstellen, hier werden Brett bei so einer Oberfläche schwimmt. Als würde ich wenigstens nicht von diesem Freak zu angegriffen. Ja, ich bin ein Brett. Ich bin eine Bi. Aber jetzt brennt. Wo geht es hier weiter? Ich bin eine Bi-Nürfer. Kleidert. Kannst du da irgendwo hochspringen? Blotz? Da oben wird es dir. Was? Drück er um? Batterien. So. Da mein Gott. Das ist jetzt heller. Ja. Ach, da ist noch ein Gitter. Da wollen wir ja gar keine Angst haben. Jetzt? Booter. Ach nee, von da kommst du runter. Dreh dich mal oben. Ja, von da kommen wir. Da ist hier nur der Typ, der dir seinen Wexgriffen entgegenstreckt. Nö. Vielleicht du durchkrabbeln? Nee, geh nochmal da raus. Nö. Ruhe jetzt. Du hast Hausarrest. Wenn dich irgendwo umdrehen ist. Ah. Wahrscheinlich kommt der gleich und krieg der mich wieder anpasst. Ja. Äh, rührt. Alter, schreck mich nicht so. Oh. Oh, ich war gar nicht gut. Das sind Geräusche. Alter. Was du jetzt hast du Schüttelkrampf oder was? Ja, ja, sowieso. Guck mal den Typen da rechts an. Dein Onkel Alfredo? Der tut abhängen. Wortspiel. Sonst kriegen wir noch Stress mit der G mal weg. Ha, ha, ha. Ha, ha. Wie lustig. Noch so ein Gitter hier. Geht's ab. Jetzt geht's aber los hier, ne. Das will ich bastrieren. Ey, ich schwöre, irgendwas kommt hier gleich. Ja. Ich weiß, dass Batterie weniger. Was war's? Äh. Da hin? Versuch's mal. Da gerade was beleuchtet. Oh, da ist fett die Dodo. Das war's jetzt mit Nazi. Das ist doch dieses... Das ist doch so schade. Oh, so ne Kamera. Wie läuft sie von meinem iPhone? Ist der da durchgebrochen? Wenn du da irgendwo hochspringen kannst, dann macht es lieber. Nein! 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 Komm schon! Spring! Spring du Idiot! Spring! Fuck! Spring doch! Spring! Nein! Nein! Und das war's. Und das war's. Warum... Oh mein Gott! Was ist das? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Du hast zwei Batterie. Kommt die her? Was ist das? Ich weiß nicht. Sei einfach froh, dass du sie hast. Halt ohne Silvia am Arsch. Hier ist irgendwo Betty Blut. Ich sehe nicht. Das macht mir Angst. Wer, der steht hier gleich neben mir. Alter, dann raste ich aus. Der vielleicht davon so rumgefoltert. Kann das sein? Hat gut Mord. Was ist das? Äh. Schnell, 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 schnell. Oh mein Puls geht wie sonst was. Ich will mich jetzt nicht um, ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Ich versuche da einfach hochzuhüpfen. Was war das? Das wäre einfach eine Treppe gewesen. Jetzt im Ernst. Oh. Ich will mich mal bitte mal bitte mal bitte mal bitte mal bitte mal bitte mal bitte. Oh. Oh. Chill, halt hier. Verpiss dich du hässliches Vieh. Das ist nie gut, wenn jemand schreit. Was? 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 Nein! 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 Warum hat der mich gehauen? Da ist er streitsüchtig. Da ist er streitsüchtig. Da brauche ich mir eins auf die Fresse, wenn er das nächste Mal kommt. Da zeig ich ihm mal streitsüchtig. Soll mich nicht so erschrecken. Hau dir ihm gleich eine. Schreckt ihr Batterien? Ich brauche Batterien. Ich brauche immer. Ich brauche immer. Jena? Versuch mir's. Mal? Boah? Ich bin so ein Krüppel. Bruder ist der Schläger. Kannst du dich vielleicht überwältigen? Ich chill meine Base mit auf hier runter. Ich chill meine Base mit auf hier runter. Und wie chill ich dann nötig hier durchdreht, ne? Hm. Wieder alles war gut. Und dies das Ananas. Wieder. Ja. Bis zum Glück, halt. Ja, wir sind geschraubt. Was man denn alles sieht! die die nicht der Kläte in meiner Hand? Nein. Oh fuck. Geht... Quillt da unten schon durch, deshalb ist das ja auch nicht wie gewohnt. Oh. Alter, seine Stimme sagt, er reiche ich nicht. Der Männerstation, gibt's ja auch noch eine Frauenstation? Du heilige Scheiße. Ich will nicht hoffen. Fuck! So, bei den ganzen Köpfen da habe ich mal nicht den Frauenkopf gesehen. Warum komme ich hier nicht durch? Da steht doch halt den Link gedrückt, bewege vorwärts zu schieben. Wer lesen kann, ist klar. Den kann ich lesen! Kennt mich doch gut, genau. Ja. Mensch, Alfredo. Hier ging's aber auch schon mal besser. Was haben sie denn mit dir gemacht, du? Er hat keine Arme mehr, doch hat er... Da wird ja jetzt hier schnell gestanden, dieser Fettsack. Dauer geworden. Ah, der Schieb... Das ist ein Blitz. Es ist ein Blitz jetzt, echt. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Hört die hier. Steht da. Oh fuck. Was heißt das? Zuerst die Finger, dann schneiden sie die Eier ab und dann die Zauber. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich mag das Spiel nicht mehr. Was war denn das der Anathie? War er da? Jetzt hab ich ne Blutsche. Das wird Wusel sein, ja. Was war das? Was? Meine rechte Hand ist total heiß. Was? Hörst du wohl noch? Es gibt noch eine Möglichkeit. Gehst du da jetzt rein? Schiebst das Ding beiseit? Aber wenn das schon so ein Radau macht, nehmt ihr erstmal die Matriese. Was? Ach. So. Bevor dieser Spaß jetzt passiert, hören wir auf. Denn... ... wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Na dann, viel Spaß und schaut euch unsere nächsten Folgen an. Wir machen hier erstmal einen Cut und bis denn.